hey skatfreunde da ist es schon wieder freitag und ich habe wieder eine partie mitgebracht die ich selbst vor einigen tagen online live quasi gespielt habe allerdings am dienstag als gast auf dem kanal von martin und das ist vielleicht das was die geschichte noch ein bisschen interessanter macht ich verlinke noch mal das video könnt ihr euch die partie auch anschauen ihr werdet es allerdings aus der kartenhand von martin sehen der hier in vorhand saß und warum zeige ich nun genau diese partie ja sicher doch weil ich hier wieder lustiges spiel gewonnen habe aber vor allen dingen weil da eben auch wieder ein kurioses motiv irgendwie drin ist was nur insofern an sich kurios ist dass es eben sehr sehr selten auftritt und weil es eben so selten ist dann treten eben auch mal die top spieler wie martin etwa in die falle dass sie eine millisekunde zu schnell spielen und nicht lange genug darüber nachdenken und so habe ich also auch dieses spiel hier am ende des tages quasi geschenkt bekommen also was ist passiert michael zinitzking in mittelhand hatte nichts hat gepasst ich schaue auf diesen turbo starken ansatz und fange an zu reizen habe natürlich irgendwie erwartet dass ich das spiel schnell bekomme aber nein martin däuber in vorhand hält und hält und hält und hält 27 erhält 30 bis 36 bin ich jetzt quasi wenn man so will ohne zucken gegangen wenn ich für 36 bekommen hätte war dann sicher auch der plan noch rein zu gucken und ja im zweifel den kreuz ohne zwei zu spielen den vier trümpfer je nach findung karo 10 drücken vielleicht kreuz 10 und karo 10 was auch immer oder natürlich je nach findung auch auf krank zu erhöhen jetzt habe ich es aber bei 36 nicht bekommen und jetzt war ich schon ein bisschen am überlegen also tatsächlich lief der abend bis dahin nicht ganz so rund für mich und ja hier stand jetzt irgendwie schon wieder drauf dass das problematisch sein könnte denn natürlich kann martin in vorhand auch drei buben haben er kann so lang herz oder pik haben er kann selber kreuz reizen also ist alles nicht so ganz klar selbst nur wer wenn man nicht komplett ausschließen wo ich karo 7 und 8 habe ist das vielleicht nicht so wahrscheinlich aber die gefahr droht natürlich dass er irgendwie da ein paar bauern hat und dass das spiel hier sich irgendwo als scheinriese entpuppt gut am ende war es mir zu schade ich biete 40 mit dem plan jetzt bis 48 zu gehen aber bei 40 passt martin schon okay nun hast du den salat denn eigentlich willst du natürlich nicht unbedingt hören dass genau auf 40 gepasst wird weil das gerade so ein bisschen auch das geschmäckle hat dass das karo und kreuz irgendwie so in der hebereizung sein könnte und martin ist zumindest sage ich jetzt mal seit ich seine streams auch schaue die ich euch empfehlen kann im übrigen aber habe ich schon mitbekommen der sagt dann manchmal so das spiel nehme ich noch raus so also das lasse ich nicht zu kann also durchaus sein dass er kein karo hat oder kein kreuz hat naja okay ich schaue jetzt also in den skat und fand premium kreuz bube pik könig da war natürlich sofort die juchai juchhe alles richtig gemacht wie damals plötzlich habe ich ein wirklich starkes spiel und wahrscheinlich im überschweigen dieser gefühle habe ich jetzt die deckung ein wenig vernachlässigt also frage jetzt mal in die runde natürlich insbesondere an die die das steht stream noch nicht gesehen haben oder sich nicht an das spiel mehr erinnern können was empfehlt ihr denn jetzt hier zu drücken und zu taufen gut zu taufen denke ich der krank ist bei der reizung jetzt ausgesprochen naheliegend aber wie sieht eure drückung für diese premium karten hand aus ja also ich lasse mal die katze aus dem sack für mich war an sich nur die frage 13 augen in kreuz oder kreuz 10 und pik könig also auf jeden fall augen drücken über drei assfarben selber haben so viel wie geht im weitesten sinne das ist jetzt eben hier die frage die 13 und die 14 ich habe auch gehört schon mal ein vorschlag man kann natürlich auch mal so drücken noch so eine halbe stärke hier in kreuz im blatt halten aber das ist natürlich schon auch wieder muss man sagen ein risiko sehr oft wird man diese 10 natürlich oder man kann die jedenfalls keineswegs mit sicherheit für sich verbuchen also ich sage mal so wer von euch darauf gekommen wäre diese reizung so zu interpretieren dass das herz ass mit gedrückt wird meinetwegen herz ass und pik könig oder herz ass und kreuz 10 großen respekt ich bin auf diese idee nicht gekommen natürlich können diese 40 40 weg das kann natürlich der herz ohne drei sein die frage ist ob es natürlich auch plausible verteilung gibt wo man sich jetzt gerade eben im tempo dusselig drückt dann kommt da auch im ersten stich herz könig herz lusche und du hast das herz ass gedrückt und am ende stehen dann da zwei buben in der mitte und der fängt auf den nächsten herz an karo abzutragen dann wirst du ja auch wahnsinnig also herz ass wäre eine coole idee gewesen der gedanke ist mir aber ehrlicherweise gar nicht gekommen ich habe mich letztlich entschieden für pik könig und kreuz 10 und das war sage ich jetzt mal von den möglichen varianten sicher die unglücklichste wie sich gleich zeigen wird also gesagt getan und dann liegt im aufschlag herz 10 auf dem tisch und ich weiß sofort hätten wir mal besser herz ass gedrückt denn dafür gibt es natürlich nur eine erklärung und so ganz unlogisch ist sie aufgrund der reizung natürlich auch nicht herz 10 pik bube herz ass so am pik buben und an der reizung können wir uns jetzt ja schon ziemlich sicher sein dass vorhand nicht nur die sechs herzen hat was klar ist sondern auch noch den karo buben soweit auch so klar und dann hat er halt nur noch überhaupt drei andere karten also die karte farbe oder die karte die ich jetzt am meisten fürchte ist jetzt sicher sowas wie karo 9 oder karo dame denn wenn da jetzt auf karo frei der abstich kommt dann bin ich natürlich geliefert aber es gibt eine andere variante die fast genauso schlimm ist das war das was dann passiert ist kreuz 9 kreuz 9 und hinten fliegt die karo dame rein von der ist jetzt auch nicht mehr super überraschend ist dass die blank war denn ja das ist die achte karte die wir kennen und jetzt hat martin halt noch zwei piken so die gegner haben also 23 und 14 37 augen liegen und ja jetzt überlegt mich ein bisschen aber er spielt den kreuz könig was natürlich sicher korrekt ist und er hat ja auch dieses ass aus der viererlänge gespielt weil es eben selten ist dass bei so einem krank die bestellten zehner ohne den königsschutz in der hand sind und jetzt stellt sich natürlich raus es wäre schon extrem cool gewesen wenn ich einfach nur kreuz 13 augen gedrückt hätte dann wäre das spiel an dieser stelle schon gewonnen ich könnte stechen ich könnte den boom ziehen und würde nur noch den pik könig den ich dann natürlich alternativ im blatt hätte abgeben was aber nicht so nicht so schlimm ist denn pik 10 ist der einzige volle der noch im spiel ist das heißt sie kommen mit dem stich nicht hin auch wenn ich kreuz dame unten habe und jetzt die kreuz 10 oben dann wäre es auch bestens dann würde ich jetzt rauf gehen hinten kann einmal stechen haben sie zwar über 50 aber danach ist rest bei mir so allerdings muss ich hier natürlich erstmal bedienen und jetzt kam von martin da der herzkönig rein und jetzt hatten sie eben schon 48 und jetzt hätte ich an der stelle natürlich von micha gerne noch die kreuz lusche gesehen weil ich dann sofort rest habe und auch nichts passiert aber der zinnitzking der hat es natürlich auch drauf der trägt ja seinen königstitel den er sich zwar selbst gegeben hat trotzdem nicht umsonst der wechselt jetzt auf karo könig und naja an der stelle ist es mir natürlich klar das habe ich ja auch schon nach der karo dame im endeffekt antizipiert dass jetzt wobei mal der karo könig kommt und dass dann das spiel ja am abgrund steht ist jetzt nicht super schwer zu finden dass wir den besser nicht mit der 10 mitnehmen sollen weil dann eben das spiel verloren ist ich denke jetzt mal hinten auf das ist eben die restkarte von martin er hat die bekannten fünf karten die herzen und den karo boom und eben noch zwei piken also ich bleibe weg und jetzt ist der moment wo der elefant ins wasser rennt und martin einfach im affekt sage ich mal da die herz dame zugelegt hat und an der stelle ist es natürlich auch ein bisschen glück wenn er pik 10 gehabt hätte hätte ich natürlich sowieso gar keine chance gehabt aber auch wenn er die pik dame statt einer lusche hätte dann hätte er die sicher zuerst gelegt und dann wäre er natürlich im nächsten stich auch darauf gekommen oder dann wäre es natürlich auch klar gewesen jetzt haben sie übrigens 55 dass er in dem nächsten stich den ich ihm jetzt noch mal getaucht habe dass er dann die zweite pik lusche abgetragen hätte so ist es ihm quasi in dem moment aufgefallen im weitesten sinne wo er die herz dame schon gelegt hat halt sage ich mal so eine halbe sekunde zu spät ist ihm das aufgegangen dass dieses bild gar nicht so richtig hilft denn jetzt tauche ich einfach noch mal sie haben 55 liegen jetzt hätte nicht mal mir pik dame gereicht aber die hat er eben auch nicht ja und richtig wäre halt gewesen korrekt wäre gewesen an der stelle hier logischerweise nicht die herz dame zu schmieren sondern die erste pik lusche um genau diesen einen super seltenen verlauf abzuleuchten und dann hier die nächste pik lusche rein zu tun so blieb ihm jetzt nichts anderes übrig das maximum hat er jetzt noch geholt was er mit karobuben gestochen hat dann hatten sie eben 57 aber ich bin mal wieder muss man sagen ich bin mal wieder mit zum blauen auge davon gekommen ich war nicht super krass zufrieden mit mir dass ich diese drückung von herz as zumindest nicht mal in betracht gezogen hätte wenn ich sie in betracht gezogen hätte und dann gesagt hätte nee ist mir noch nicht klar genug okay aber ich habe nicht mal drüber nachgedacht dass ich dann unglücklich gedrückt habe sei es auch drum dass micha genau korrekt kreuz as und kreuz könig und dann karo getroffen hat super geil aber was an sich schön ist ist dieses motiv zweimal tauchen manchmal gibt es das sogar mit dreimal tauchen sowas wie 8 9 8 7 und dann liegt die dame vor dir beim kranken und du kriegst schon die krise und kannst vielleicht dreimal wegtauchen als einzige rettungsidee die ist halt mal wieder ein besonderes motiv was ich hier gerne mal zeigen wollte aus der perspektive kommt eben nicht so oft vor ist insofern für die gegenspieler an sich schwerer zu lesen als für mich als alleinspieler für mich war die entscheidung jetzt hier nicht krass ungewöhnlich aber in so einem spielverlauf wo erst noch drei andere stiche gespielt werden und du dann anfängst zu tauchen habe ich es auch noch nicht gesehen also mindestens mal ein außergewöhnlich und seltener spielverlauf und für euch vielleicht was kann man jetzt am meisten mitnehmen okay wachsam sein beim drücken einfach der die alarmen oder ja die alarmen anlagen müssen immer an sein oder die witterung aufnehmen aufmerksam sein deckung hochhalten dann kommt man vielleicht auch darauf dass herz ass eine plausible drückung ist aber ansonsten hier insbesondere man muss ja diese diese variante da bleibt einer einfach noch zweimal unter man muss sie ja zumindest einmal kennen und gesehen haben um auch zu verstehen warum im gegenspiel jetzt hier im herz dame nicht die richtige idee war sondern die piglusche also einfach wieder mal ein wenig sensibilisieren und ja ich habe es natürlich insofern genossen weil ich ansonsten an dem abend auch viel bezahlt habe und nicht so viel zu lachen hatte dafür habe ich dann wenigstens das lustigste spiel quasi des abends gewonnen das was mir dann auch wert und von daher erneut noch mal der hinweis schaut auch euch gerne auch mal bei micha zinnitz auf dem kanal um lasst ihm ein abo da der macht ganz viele interessante live streams und das gleiche auch bei martin ich jedenfalls hatte meinen spaß wird mir das jetzt noch mal anschauen weil ja auch dieser perspektivwechsel ganz interessant ist die andere karte zu sehen und ja das empfehle ich euch auch damit wünsche ich ein schönes wochenende und wie immer gut blatt посмотрим 3 3 die Vielen Dank.